Zippa, hallo und hallo Sing, du wolltest ja das Knockout, das ist immer noch für dich und natürlich für die anderen, die da gucken wollen gerne, aber du hast es hier initiiert, diesen blöden Pott Indigo, da krieg ich doch bestimmt im Leben nicht. Der ist doch viel zu schnell, ich stehe im Krieg, Alter, wer muss hoffen, ich stehe nicht einmal erwischt, den Schwein. Ich muss nur die Stelle... Nee, 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 nee. Den werde ich ja wohl kriechen, den da auch, den da vorne ist knifflig. Alter! . A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-R-I-O. Nein! Ach, hub net! kann ich nämlich auch die letzte runde nein wenn ich den Motor schon höre der im Hintergrund dahinter mir da nee schieb mich warum sehe ich den Rückspiel im Rot noch weil er auf der Gelb ist nee macht's weg macht's weg weg und nimm den anderen mit nein 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 ich darf alles nur der Letzter werden jetzt hab ich geschissen jetzt hab ich geschissen jetzt hab ich geschissen ach der Ford Indigo der holt mich wieder ein damit ich wieder am Arsch nee 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 nein Scheißegal, was du machst. Ich werde aber nicht letzter. Eben lief es besser. Was ist das für eine Scheißbegrenzung? Als ob ich einen Bürgersteiger hochkomme. Aber jetzt ist der Ford Indigo raus. Da hat es doch gelohnt. Sie sind unter den 10 Besten auf diesem Kurs. Nächstes. Weiterheben. Ja, ja, ja. Ach, der Zipper ist weg. So. Vorletzte Folge im Vlog auch hier. Bleibt alles schön stehen, da wo auch seid. Steigt aus, da ist ein Latch. Da könnt ihr euch noch was holen. Zu trinken, zu essen, eine Erfrischung, Zigaretten, meinetwegen. Weg. Schaut da. Hier weg. Das hier ist übrigens Italien. Ne, ich weiß, das kriecht noch. Ne, das könnte nochmal knifflig werden. Herz auf, hier zu klitschen. Ja, boah, da fliechen wir hier so quer mit der Straße. Das ist entspannender Scheiß hier. Der Ford, man merkt es sofort. Und der Ford Ford ist. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, verfickte Scheiße, nochmal. Hier ist es 30 erlaubt, Leute. Ich muss, äh, mehr konzentriert fahren. Werde Bremse benutzen. Ah. Oh, Alda. Diese Kamera-Ficke, da. Und dann jeder Schrecke. Jetzt kommen bestimmt nochmal die Mystic Peaks. Ja, die kommen ja bestimmt. Ja, sicher kommen die nochmal. Wird immer schwerer. Ich glaube, das ist doch noch nicht der vorletzte Folge. Das ist, äh, vorvorletzte Folge. Aber die letzte Folge, ach, ich guck mal. Ah, Mann, Sing, warum machst du so eine Scheiße? Was hast du mir da angetan? Naja, aber man hört ja auch, wenn, wenn le Leute schon kommentieren und sich was wünschen, dann muss man denen das ja auch, äh, gewähren. So, äh, wenn you, äh, äh, if you all ready, äh, make a comment and, äh, and look this video, I can only, äh, 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 ähm, wertschätzen. Ich weiß es nicht. Das wüsste ich bestimmt, äh, in anderen, äh, wenn ich... Nee, ey, was drücke ich denn hier links? Ja, Mann! Der Nazca C2 gewinnt! Sie haben eine neue Bestzeit für diesen Kurs aufgestellt. Yo, 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 Leute. Bei der nächsten Folge geht es weiter. Jetzt hier... Ich hab mich übrigens qualifiziert. ...einen neuen Rundenrekord für diesen Kurs aufgestellt. Sie haben sich für die nächste Runde des Knockout-Wettbewerbs qualifiziert. Jo, und dann bis zur nächsten Folge, wa?